Dann den hier, los schicken wir. Vielen Dank für das Vertrag. Ja, ich habe gut 50.000 Credits mit meinen Gefährten schon wieder eingenommen. Läuft. Äh, da muss ich runter. Das Ministerium wird nicht vergessen, was ihr getan habt. Wow, das war's schon. Lucha. So, dann werden wir uns jetzt um den vernichtenden Schlag kümmern. Ja. 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 Ich habe aber noch 4 Nebenquests offen. Das ist ein Veranstaltung. Ja, das ist so. Ja, das ist so. Ja, das ist so. Ja, das ist so. Ja. Ja, das ist so. Ja. Ja, das ist so. Ja. Da sind wir jetzt. Ich muss da lang. Einmal dahin, das ist der Ver...ok, dort geht die Klassenquest weiter. Und dort die Planetenquest. Ok. Mach mal. So, wo ist er jetzt schon wieder hin? Ich sehe erstaunlich viele von meiner Klasse hier witzigerweise. Ich sehe nur ab und an mal welche hier rumrennen. Okay. Zerstöre Ukabis Waffen verstreckt. Zerstöre Ukabis Chemie Raffinerie. Okay. Ist das eine Hauptquest? Ja, Planetenquest. Lila oder Gelb? Lila. Ja. So, da haben wir schon mal eins, eins von drei und vier. Ja. Ja, das ist überhaupt nicht schwer. Nö, ich renne ja auch die ganze Zeit an den Gegner vorbei. Also, die greifen mich irgendwie nicht an. Ok, hier stehen wenn ich gegen die muss ich kämpfen, aber... Ich bin jetzt immer. No go. Du wirst auch auf Linus 4 und 3 zurückgesetzt, oder? Ehh, 25 noch. Ja. 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 Wir werden ja auch auf Linus 4 und 4 zurückgesetzt, oder? Wahrscheinlich bist du 38 bis zu 39 alt. 37. Oh. Ich bin der Lüger hier. Weiß es zwar nicht, aber... Müsste es 2 Level über mir sein. Vorhin warst du nämlich schon 39. Ja, doch. Ich bin fast 40. Eins von 3 noch. Wo ist das letzte? So. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte. Warte mal. Das sind halt alle Slowbok-Mobs hier. Und das dritte ist zerstört, melde dich bei blablabla War ich jetzt richtig? Ja Oh, ich hab auch nur noch zwei Oh 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 Godoba, bitte. Ich habe gute Neuigkeiten. Versuchen Sie nicht uns zu täuschen Das versuche ich nicht. Aber ich möchte euch jemanden vorstellen Erlaubt mir euch die Verbündeten des Diplomatischen Dienstes auf Nashadar vorzustellen, das Schattensyndikat. Ich will keine Einheimischen treffen. Schafft sie fort. Es dauert nicht lange. Sie müssen erfahren, was ihr getan habt. Godoba der Hutte, Besitzer vom Club Vertica Casino und von fünf Stadtsektoren. Euer Schiff ist in seinem Raumhafen angedockt. Es ist mir eine Freude. Ihre zerstörerische Kraft ist bemerkenswert. Verhandlungen zulässig. Sie vertreten wichtige Mächte auf Nashadar. Ukkabi und die Exchange hätten sich ihnen anschließen können. Doch dank eures Angriffs müssen wir uns um die Exchange keine Sorgen mehr machen. Der korillanische Sektor steht in Flammen. Die Exchange wird sich nicht mehr erholen. Bei allem Respekt vor euch und euren Talenten. Aber das ist nicht der Fall. Die Frau hat euch belogen. Was? Sie ist gescheitert, wo viele Emporkömmlinge vor ihr schon gescheitert sind. Und jetzt zahlen wir alle den Preis. Warum ist Ukkabi eine so große Bedrohung? Ich bin sicher, sie übertreiben sie... Er stellt eine Armee von durch Stimulantien verbesserten Kämpfern und kybernetisch verbundenen Attentätern auf. Cool. Die Produktion von Detonierungstruiden wurde erhöht. Ah, gut. Wenn Ukkabi seine Lektion nicht lernen will, kann das Imperium sich um seinen Gnadenstoß kümmern. Schweigt. Ihr habt schon genug Ärger angerichtet. Meine Quellen berichten, dass Todesspatronen der Exchange auf dem Weg sind. So wie ihr seine Einrichtungen zerstört habt, wird er unsere zerstören. Die Provenade, Fabriken, Sklavengefängnisse. Okkabi zieht Energie für seine chemischen Verbesserungseinrichtungen ab. Er rüstet Soldaten für den Kampf auf. Er muss aufgehalten werden. Ich bin keine Strategin. Was schlagt ihr vor? Soll die Exchange ruhig Zivilisten angreifen? Wir treffen mitten ins Herz. Was sind das für Verbesserungseinrichtungen? Ihr müsst die Tanks zerstören und die aus ihnen entstandenen Kreaturen ausschalten. Ich alarmiere unsere Truppen hier und habe ein Auge auf das Schattensyndikat. Wir reden weiter, wenn ihr zurück seid. Das 64er kann raus. Das kommt rein. Was ist das? Beste ist ein Schädel, ok. Und nochmal mal die Last one. Ich habe schon gerade bekommen die Meldung. Ich muss nach dort. Und nach dort. Und nach dort. Oh cool. Hier ist ein Gleiter. Den habe ich angeklickt, weil der so komisch leuchtet. Jetzt fahre ich mit dir. Ja, damit fährst du dann. Ja. Aber das klingt gefühlt langsamer als unsere. Oder? Ja, und du kannst von dem und nicht absteigen. Ja doch, klar. Ja, im Kampf. Aber so jetzt einfach kannst du nie absteigen. Doch. Nein, du hast schon ein Transportmittel, wenn ich den anderen auswähle oder zum Absteigen klicke. Geht nicht. Ja, aber drück du einfach. Ach, die Fähigkeit hast du ja nicht. Ich kann. Aber drück du einfach deinen Schnelligkeitsboost, den du auch nicht hast. Der ist automatisch dauerhaft an. Ja, ich ne. Bei mir nicht. Ich habe ja einen extremen, aber dafür muss ich ihn drücken. Äh, nöt. Sprinten ist bei mir dauerhaft an. 35%. Das ist bei dir eine Passivfähigkeit, Alk. Die habe ich nicht, zum Beispiel. Haha. Ich werde mich ganz nach... Ich habe mich 230%iger Sprintgeschwindigkeit. Da genauso wenig wie du Leute hast, die für dich Geld verdienen. Braue ich nicht. Ich habe schon das Maximale. Ja, ich kaufe mir halt immer wieder neues Zeug. Wo denn? Hier sind keine Händler außer Steam-Händler und was soll ich mit... Selbst die kannst du verwenden, ne. Damit man nicht dauerhaft stirbt. In Missionen, zum Beispiel. Mein Inventar ist voll von dem Scheiß. Die haben ja alles noch nervenen Cooldown, als würde ich die verwenden wollen. Meine Hotbar ist voll mit anderen geilen Umzeuge, oder besseren Umzeuge sogar. Tja, dann erweitere deine Hotbar. Könnte ich wirklich, aber mache ich nicht. So und besser. So und besser. Wieder nur lahmharschige Gegner hier haben. Molt. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, oh. Äh, da lang muss ich. Äh, 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 äh. Äh, äh, äh. Äh, äh, äh. Äh, äh. Äh, äh. 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 Das sind meine Endes. Dara Nummer 1 Dara Nummer 1 Dara Nummer 1 Ich hab den nächsten Buffett. Hm, der letzte. Wow. Hallo. Hört ihr mich? Hier ist Maru Wiesen. Ich höre. Was jetzt? Das ist ein Notfall. Die Exchange greift an. Ukravi ist hier. Jemand hat uns verraten. Kommt so schnell zurück, wie ihr könnt. Wir können... Ja, dann haben wir da mal hinreisen. Aber vorher machen wir das hier. Ja... Wenn ihr mich lieber dafür einsetzen wollt. Tü-tü-tü-tü. Ich muss mich selbst übertroffen haben. Ich denke, dass Sie sehr zufrieden sein werden. Ja, ja. Auf zu schnallern. Ja. 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 Was ist das denn? Boomen's Hexer Gefährte. Okay. Boomen's Hexer Gefährte. Okay. Untertitelung des ZDF für funk, 2017